Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mal wieder Post bekommen und zwar von meiner Backbox. Also die kennt ihr ja inzwischen. Und das ist diesmal die Osterbox und die wollte ich heute mit euch zusammen auspacken. Ich freue mich natürlich total und wie immer möchte ich darauf hinweisen, ich habe diese Box kostenlos zur Verfügung bekommen. Aber dieses Video, genauso wie meine Meinung und so weiter, ist vollkommen freiwillig. Also ich bin nicht verpflichtet dazu, dieses Unboxing zu drehen oder überhaupt irgendwas zu drehen. Und ja, weil ich selber aber einfach immer wieder begeistert bin von dem Inhalt von der Backbox, von den Ideen, die da drin sind, von den Rezepten und so weiter, möchte ich euch die halt wirklich immer wieder vorstellen. Und also ich würde sie mir auf jeden Fall selber halt auch bestellen. Und ja, aber ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei reden. Ich würde sagen, sie packen jetzt auch sofort auf. Ich bin eben schon super gespannt. Ich habe euch schon gesagt, das ist die Osterbox. Das ist halt also jetzt gerade passend zu Ostern. Erwarte ich natürlich so ein paar tolle Ideen, wenn ich das jetzt draufkriege. Und zwar sieht das ganz gut. So, jetzt von innen aus. Das ist halt immer richtig schön verpackt mit Liebe verpackt. Und da steht drauf, die große Eiersuche. Achso, okay. Hier gibt es scheinbar ein Gewinnspiel. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus. Und wie immer werde ich die Rezepte, die ja hier sind, immer erstmal beiseite legen. Weil ich möchte mich immer ganz zum Schluss nur überraschen lassen bei den Rezepten. Irgendwie finde ich das total toll. Und genau, da kommt mir immer erstmal hier entgegen. Das ist halt auch immer ganz oben weitig. Das ist das Backbox-Magazin. Das heißt, da habt ihr Infos über die Produkte, die da drin sind. Ich glaube, da sind auch immer noch weitere Rezepte drin. Hier hinten ist noch ein Gutscheincode. Und, und, und. Also da ist auf jeden Fall so ein bisschen was zum Lesen drin. Und dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich hier als erstes eine, ja, irgendwie eine Dessertsoße. Mal gucken. Ach, Sauerkirsche. Irgendwie eine Sauerkirschsoße als Verzierung, Überzug für Eis und Dessert. Okay. Also irgendwie eine Dessertkirsche. Und zwar von, hm, Top, Top Amarena Fabri, glaube ich. Ich kann das nicht genau lesen. Aber ist auf jeden Fall so eine Dessertsoße. Dann haben wir hier als nächstes Silikon, eine Silikon-Backform, beziehungsweise so, ähm, hier so Backförmchen mit Ostermotiven. Zweimal so Osterhäschen und, ähm, so Ostereier. Also sie sind, glaube ich, also ihr seht das auf der anderen Seite, ich glaube, das sind jeweils zweimal die gleichen. Und zwar ist das von Silikon-Backformat. Dann sehe ich jetzt nächstes, na, raus. Ich weiß nicht, sind das Streusel? Nee. Das sind nämlich Gewürze. Was ist das? Orange. Orange, aha. Ja, das ist gefriergetrocknete und granulierte Orange. Das ist ja interessant. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin echt gespannt auf das Aroma. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal auf. Okay. Richtig ist gerade gar nicht so intensiv, wie ich es gedacht hätte. Hm, aber es ist ja, ich kenne das ja schon von dem, Fruchtpulver, dass sich das, sobald das in Flüssigkeit aufgelöst wird, wird das nochmal total intensiv. Also bin ich super gespannt hier drauf. Also darüber freue ich mich total. Dann haben wir hier als nächstes Marzipan-Karotten. Hätte ich gebraucht von letzter Woche für meinen Schokorübrik-Kuchen. Dafür hätte ich die gut gebrauchen können. Und zwar ist das von der Marke Günthard. Und ja, freue ich mich natürlich auch total. Ist natürlich jetzt super auch für Ostern, gerade wenn man irgendwie eine Torte macht oder so. Immer super zum Verzieren. Dann ist hier als nächstes, was sind das, Kaffeebohnen. Bella Creme Espresso. 100% Arabica. Ich glaube, das sind ganze Bohnen, so wie sich das anfühlt. Ich hoffe, man braucht keine Kaffeebohnen wieder. Für das Rezept, je nachdem, was da drin ist. Dann kommt mir jetzt hier als nächstes entgegen solche Muffin-Fürmchen. Und zwar sind das solche aus Papier. Papierback-Fürmchen. Und zwar sind die von Dr. Oepker. Ich finde die Farben echt wunderschön. So richtig schön bunt und frühlingshaft. Das finde ich total schön. Also ich warte ja ehrlich gesagt auch immer noch darauf, dass das Wetter endlich mal dementsprechend wird. Weil Frühling ist ja immer meine Lieblingsjahreszeit, weil ich das liebe. Oder dass alles so zum Leben erwacht, alles erblüht und so weiter. Aber irgendwie will der Winter irgendwie nicht reichen. Ich weiß auch nicht, wieso. Dann haben wir hier als nächstes von der Firma Steter ein Sahnefest mit Himbeergeschmack. Okay. Ein Sahnestabilisator. Kenne ich da auch noch überhaupt nicht. Und dann ist hier noch einmal ein Spritzbeutel. Und ich glaube, da kommen wir auch schon zum Letzten. Und zwar machen wir hier wieder eine Backmischung von die Backschwestern. Die hatten wir ja schon mal in der Weihnachtsbox für die Chai Cupcakes. Oder was auch, wie auch immer die hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Die waren auf jeden Fall super lecker. Und zwar ist das eine Backmischung für Hefeteig. Okay. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich bin ja eigentlich immer eher ein Fan von einfach alles selber zu machen. Aber ich lasse mich auch immer gerne positiv überraschen von so Backmischungen. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Ja, hier ist nur noch Verpackungsmaterial. Und würde ich sagen, ich muss mal eben die Rezepte hier ausbuddeln. Kommen wir auch schon zu den Rezepten. Hier. Und zwar haben wir hier einmal eine Osterhasen-Kekstorte. Die sind ja momentan total im Trend, diese Keks-Toran. Aber meistens sind immer in Form von Zahlen oder Buchstaben. Super interessant. Ich finde das immer super hübsch mit den ganzen Früchten und halt die ganze bunte Deko da oben drauf. Also gefällt mir total gut, so von der Optik her. Dann haben wir als nächstes Chocolate Babka Tulips. Okay, keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Hefeteig und dann mit Schokolade. Okay, sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker und interessant aus. Also wirklich sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier, kommt mir bekannt vor, Rübli-Schokohasen. Also einen Rübli-Kuchen und dann mit Schokolade. So sieht das Ganze aus. Ja. Das war eigentlich ein ganz kurzes und schmerzloses Video. Ich hoffe natürlich, dass dieses Unboxing gefallen hat. Wo ihr die Backbox bestellen könnt, das verlinke ich euch natürlich mal unten in der Infobox. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich an das Team von meine Backbox, dass ich die Box zum, keine Ahnung wievielten Mal inzwischen, schon immer noch testen darf. Und ja, ich freue mich total, eines der Rezepte auszuprobieren, was ich euch dann zeigen werde. Und ja, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.